Ich habe mal wieder ein paar interessante Shop-Neuigkeiten für euch. Schauen wir kurz in den Shop rein, denn der kommt jetzt hier in ganz genau einer Stunde und 49 Minuten. Die ganzen Fußball-Items werden heute noch im Shop drin bleiben. Wie lange die bleiben? Ich denke mal nur noch heute und dann werden die verschwinden. Der vorgestellte Bereich wird auch komplett einmal erneuert. Wir haben nur einen Bereich, einen täglichen Bereich. Das Paket, ich glaube das Paket verschwindet sogar, aber schauen wir gleich mal auf Twitter vorbei. Street Fighter bleiben noch und Flash-Paket bleibt auch noch zu 100%. Aber heute kommt ein spezielles neues Paket in den Shop. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Ach genau, Sonderangebot verschwindet. Das heißt, dass dieses Paket hier unten heute den Shop verlassen wird. Also in dieser Zeit ist das Paket dann weg. Und wir bekommen hier ein Schattenschlag-Paket. Wer nicht weiß, was es ist, ist ganz genau dieses Wandel hier mit diesen drei Skins. Spitzhacke, Bagblings müssen dabei sein. Und so sehen die Skins aus. Ist jetzt kein ultra krass besonderes Bundle, finde ich jetzt. Und die Fußball-Skins sind dann auch noch heute im Shop. Habe ich aber bereits schon erwähnt. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Travis Scott, der, ich glaube der kommt diesen Monat jetzt nicht mehr raus. Eventuell dann im März oder nach der neuen Season wird das Ganze dann in den Item-Shop reingehauen. Freut ihr euch auf die neue Season? Schreibt es mal auch gerne in die Kommentare. Vergesst nicht irgendjemanden im Shop einzutragen, falls ihr mich supporten wollt. Danke für den Support. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video. Bis zum nächsten Mal.